Exile, Servusle meine Lieben und herzlich willkommen zu einer gemütlichen Runde Eil of Zipta. Schön, dass ihr wieder reinschaut. Wie angekündigt bin ich startklar. Heute geht es Richtung Kartenmitte zusammen mit dem Nasi und mit dem Goreng. Und dann schauen wir mal, wie weit sind wir denn aktuell, um da ein bisschen zu farmen. Wir werden natürlich nicht genau in die Mitte laufen, sondern am Rand des Stroms farmen. Da sind die Mobs nicht so stark. Und wir brauchen halt diese Chaosseelen, die die droppen, wenn sie tot sind, die man sich dann nehmen kann mit der Spitzhacke, um ein Event zu starten für bessere Thrulls. So, wie sieht es aktuell aus? Ich war noch mal ein bisschen farmen. Ich habe Schwefel geholt, Schwarzeis habe ich ein bisschen gefarmt. Ich war noch mal in der Fledermaus-Inni mit dem Goreng. Ich habe ihn dazu bewegt, dass er tatsächlich mitkämpft. Da muss gestern beim Einstellen was verrutscht sein. Der hat super gekämpft, der hat sogar den Boss niedergeknüppelt. Im Moment sieht es so aus, dass ich auf dem falschen Männchen war, jetzt auf dem richtigen bin. Er heilt gerade noch ein bisschen hoch, ist Stufe 9. Wenn alles klappt, sehen wir heute seinen ersten Perk. Ich bin sehr gespannt. Dann ist mir aufgefallen, das tickt ja hier recht zügig. Wenn ich allerdings einen Honig dazu mache, siehste, dann überschlagt sich die Zahl hier öfters mal. Das heißt, irgendwie hat aus meinem Empfinden heraus der Honig schon einen Effekt, dass er schneller aufheilt. Ich gebe den immer mal einen rüber. So, den nehmen wir natürlich auf Folgen. Was ist noch passiert? Ich musste die Eisenkopffeile freischalten, damit wir Heilpfeile machen können. Ich habe noch ein bisschen Glasquam und so weiter. Wie gesagt, wir sind jetzt fast Level 60. Der Perk vom Goreng kommt heute. Level 60 wird heute kommen, wenn alles klappt. Und wir werden farmen gehen, die Dinge, die wir brauchen. Ich habe keine Siegel dabei, die wir aus den Innis holen, weil ich mir die aufsparen will, wenn wir dann in der Mitte vom Kreis irgendwann farmen. Ich würde sagen, wir machen gar nicht lange rum. Genießen wir das Wetter. Ja, und Koblen, das ist eine Rüstung. Habe ich ein bisschen angemalt. Aber nicht wirklich einfach nur mal rumprobiert, weil Farbe gedroppt ist. So, meine Lieben, so sieht das ganze Ding aus. Unser Goreng, der begleitet uns heute mit 5000 Leben. Mit Level 10 wird er auch wieder noch mal stärker werden. Also ich denke mal an, das wird schon. Heilpfeile habe ich dabei. Heildränke habe ich dabei. Bisschen Honig. Und natürlich meine Dolche. Und ich habe sogar das Langschwert mitgenommen für den Fall, dass wir die Dolche durchholzen heute. So, und ich würde sagen, wir gucken einfach mal, dass wir vielleicht zum Flurschrein der Teufel gehen. Ich nehme auch an, dass wir da das erste Mal das Rallye Event starten. Dann würde ich mich da jetzt platzieren. Und sobald der Strom beginnt, sind wir vor Ort. Und dann machen wir die Kreaturen heute. Dann machen wir eine Farmrunde mit dem Ziel, die Matts zu fahren, die wir brauchen. Level 60 zu werden. Und Goreng sollte 10 werden heute. So, der Nazi ist halt einfach nur dabei, weil er hübsch ist. So, und jetzt würde ich aber fast sagen, dass wir ein ganz kleines bisschen gemütlich die Zeit mal nutzen. Weil es ist echt gerade richtig schön hier. Gemütlich den Flusslauf folgen, bis wir fast dort sind. Und dann machen wir einen kleinen Schnitt, dass wir den Strom bestmöglich ausnutzen. Thralls hatten wir in verschiedenen Rädern noch verteilt. Die habe ich mittlerweile zusammengezogen, weil ich bei meiner kleinen Farmrunde bei jeder Inni nochmal vor Ort war. Und die sind alle im Schrank. Wenn wir zurück sind, werden wir natürlich Thralls aufstellen. So. Ja, komm, die müssen wir jetzt nicht unbedingt machen. Wir können ja vorne ein bisschen rumfahren, bis der Strom dann runterkommt. Krokodile sind jetzt nicht mein großes Ziel. Das ging jetzt ruckzuck. Ich habe auch gemerkt, beim Schwarzeisfarmen, Gold- und Silberfarmen bekommst du nochmal richtig EP durchs Abbau. Bei den Bäumen ja nicht mehr so. Die Zeiten sind vorbei. Und mein Bär, ich bin echt stolz auf den Bär. Der ist richtig gut. Der hat nur keinen Bock abgestern. Als ich da auf, was haben wir eingestellt, Nahkampf bevorzugen, ich glaube, dass ich da im Rad verrutscht bin. Das hatte ich nämlich einfach nochmal angeklickt und dann ging es. Jetzt hänge ich doch hier. Aber es sind zwei. Zwei können wir. Das bringt ja auch dem Bär ein bisschen was. So. Jetzt hoffe ich natürlich, dass das Event baldmöglich startet. Wenn nicht, werde ich es ein bisschen nachsteuern. Gucken wir mal, dass wir da heute ein bisschen was rausziehen. Ich habe halt gehört, in der Mitte, richtig in der Mitte, das sind dann richtige Bossgegner, die böse, böse Schaden machen. Die du jetzt in dem Status, in dem ich bin, besser in Ruhe lässt. Wir sind noch nicht mal Level 60, geschweige denn einmal die Rüstung. So, pass auf, ich habe gesagt, zum Flurschrein der Teufel. Dann gehen wir unseren alten Weg. Wir sehen uns gleich bei der Wüste, würde ich sagen. Vielleicht probieren wir uns nochmal kurz am Wüstenschiff. Gerade fünf Minuten mit dem Goreng und den Unterschied feststellen zwischen heute und damals. Wir sind am Schiff. Fünf Minuten. Nur fünf Minuten. Wir machen nicht das ganze Schiff clear jetzt. Wir haben andere Ziele heute. Aber wir sollten zumindest kurz probieren, was jetzt gleich da dabei rauskommt. Lass ich mal kurz gucken. Kämpft ihr schon wieder? Oh ja, wir haben einiges hier angepullt. Wölfe. Schlangen. Ich pull die erstmal jetzt hier so mit dem Nazi. Ihr seht auch, dass mir Leben fehlt. Das war kein Kampf. Ich bin die Klippen mal wieder runtergepft mit dem Nashorn. Ist nicht ganz so gut. So. Das muss ich aber ganz ehrlich sagen. Das ist noch so ein bisschen komisch für mich hier. So. Ich hau mal meinen Trank rein. Oh, das war vielleicht ein bisschen zu früh. Oh, alterle. Jetzt muss ich tatsächlich kurz warten. Die Wölfe, die haben halt aber auch ihren Speed, ne? So. Wer rettet mir das erstmal? Wie immer der Goreng. Auch wenn er tatsächlich so ein bisschen verpeilt ist. Manchmal mit seinen Moves. So ich halt. So, jetzt hat er da mal, oder? Flup. Hört man so. Oh, aber er hat es halt drauf mit Schaden gemacht. Du bist eine Stufe aufgestiegen. Leute, wir sind Level 60. Coole Geschichte. Sollten wir nochmal zurück uns bessere Rüstung machen, ne? Können wir aber morgen. Können wir aber uns morgen kümmern. Ja, komm, wir hacken die mal ein bisschen weg. Wolfsfeld können wir ja mitnehmen. So. Alles klar. Jetzt heile ich mich einmal komplett hoch. Guck mal, wie lange es ihm hier noch fehlt. Ja, der macht es auch gleich. So, Leute. Ich gucke auf die Uhr. Wenn wir 10 Minuten etwa zusammen haben mit der heutigen Folge, blende ich über auf den... Die Schlange habe ich gar nicht mitgekriegt, wann die gestorben ist. Blende mal rüber auf den Strom. Der müsste ja jetzt irgendwann mal anfangen. So, Skorpion. Ich habe den Goreng dabei. Da kann heute nicht viel verrutschen, mein Freund. Ja, ja. Gott sei Dank sucht er sich den dann immer zuerst aus. Wir werden uns übrigens, habe ich mir überlegt, hochbewegen zu unserer Bettrolle. Wir haben hier eine Bettrolle. Ich habe nämlich die Bettrolle vergessen. Das macht ihm great. Boah, da schmotzt er vor sich hin. Der Junge. Schettin. Na ja, komm, wir können ja ein bisschen mitnehmen. Ähm, Diggerle, ich gebe dir jetzt mal wieder ein Honig rüber. Solange mein Gefühl von schnellerem Heilen stimmt. Zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht, neun, zehn, elf. Siehst du, nein, macht's buh, 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 buh. So. Du könntest mal kurz hier warten, während der Goreng und ich da nochmal reinlinsen. So, Schlückel Wasser, bis wir voll sind. Und dann gucken wir wenigstens mal ins Schiff rein, würde ich sagen. Der müsste mich ja jetzt normalerweise schon gesehen haben. Jetzt hat er das Schwert gezückt oben, hast du gesehen? Und er müsste an mir vorbeilaufen. Oh, du darfst dich gegen den Wehren, Digger. So, das Standardmob. Weißt du noch, wie lange wir damals gebraucht haben, einen Tod zu kriegen? Also man merkt dann schon, dass man stärker wird im Spiel. So. Und ihr hattet damals schon gesagt, dass die Loot bringen. Ich hab's da... Stahlaxt! Was willst du da mehr, ne? So, ich kann natürlich unseren Gorengle mal einen Pfeil hinschießen. Gut, das war jetzt nix. Aber ich kann mich reinstellen, ne? Regeneriert sich. Na ja, es macht jetzt nicht so viel. Bisschen was halt, ne? Geht es eigentlich noch, dass ich ihn anschieß? Weiß ich nicht, ob das so chlorreich war. Der Ply bleibt dann stecken in ihm. Oder ist der Effekt trotzdem auf der Stelle? Ich glaub, der ist trotzdem auf der Stelle. Ja, ja. Ist dann eher was für mich jetzt, was ich da gemacht habe. Du, so viele Mobs sind hier gar nicht drin, seh ich grad. Halt! Was machst du denn? Hauptsache drauf. Ich dachte, das wäre ein Fein. Ich war jetzt total verwirrt. Verlauter Heilungsding gucken. Geh nehm mal keinen Blutungsschaden, die Jungs, ne? Tja, was ist mit dem Strom heute? Heute geht gar nix. Eine Minute haben wir noch, Leute. Irgendwann gehen wir hier mal wahrscheinlich separat noch her. Wo ist denn mein Bär? So. Hopp. Ist halt schon cool mit dem Heilpfeil. Haben wir damals mit dem Rallye auch benutzt, ne? Guck mal, gegen drei jetzt. Das hätten wir vor der Zeit damals nicht geschafft. Ja, jo. Da kann man sauber machen. Die Spots jetzt. Das ist cool. Ah, der Bär ist einfach nur gut. Hol dir. Jawohl. Den hat er verdient. Ist das eine Frau? Jo, das ist eine Weible. Oh. So, ich muss nur vorsichtig sein mit dem Pfeil. Ich habe jetzt ein Billionenstück mit, ne? Wird aber eins meiner Ziele, dass ich da immer genug habe. Die hast du jetzt aber sauber gelegt. Bin stolz auf dich. So, da hinten saß noch einer. Und ich glaube, dass der auch eine Kiste bewacht. Komm, den machen wir noch. Kann ich ihn von hier schon draufjagen? Du musst näher ran, sonst kommt immer diese Meldung nicht zugänglich. Jetzt habe ich ihn befördert. Ich lese immer befördert, aber er ist beordert. So, letzter Mob, meine Lieben. Dann bewege ich mich zum Schlafsack und warte aufs Event. Und dann gucken wir uns das an. Das könnte der Käpt'n sein hier. Tatsächlich ist es ein Boss. Das ist aber kein großer Boss. Aber eine Sichel hätte er getroppt, verstehst du? So, Kiste hat er auch. Kohle drin. Alles klar, ne? Also ich zeige euch, wo ich hingehe. Hier sind wir. Hier ist unsere Bettrolle. Und hier werden wir uns dann eventuell bewegen. Weil die Stelle kennen wir. Da sind wir das letzte Mal geflüchtet. Und dieses Mal knallt's. Jetzt muss ich nur zurück zu meinem Nashorn geschwinden. Ja, hier gibt's bestimmt noch mehr Kisten und Zeugs. Irgendwann, wenn man mal Bock hat, kann man ja den Spot machen. Jetzt im Moment ist es mir eigentlich wirklich mehr danach. Die kann ich plündern. Ey, nehmen wir alles mit. Guck mal, das ist Buff Food, oder? Oder Buff Zeugs zum Saufen halt. Cool. So, komm mit. Gehen wir zum Nazi zurück. So, meine Lieben. Egal ob Tag, egal ob Nacht. Wir sehen uns jetzt gleich oben an der Bettrolle. Sobald der Sturm hier richtig aufzieht. Es geht los, meine Lieben. Hier ist der erste Feind. Gerade im Moment ist er aufgeschlagen auf der Erde. Jetzt schauen wir mal. Goreng hat den kompletten Honig drin. Sobald der Buff ausläuft, zieht er sich praktisch immer einen neuen Honig. Und hat dadurch diesen Stärke-Buff. Und heute sowieso nochmal plus 5 durch den Perk, ne? So, wir helfen ihm natürlich mit, weil das hier ist, glaube ich, ein Boss. Ich darf jetzt nur selber nicht drinstehen. Und wir müssen ein bisschen gucken, dass wir die schneller down kriegen. Weil, sonst kommen nämlich noch mehr Feinde. Aber ist ein kleiner Boss, ne? Gut, die 20 Stacks sind drauf. Ich helfe meinem Goreng, dass er nicht so schnell down geht heute. So. Halten wir uns erstmal hier auf, würde ich sagen, ne? Weil ihr seht ja, wir haben jetzt noch nicht die Manpower oder die Schlagkraft, um den hier geschwind wegzuholzen. Ja, du musst den bekämpfen. Ohne dich bin ich nichts, Digga. Du hast den Basisschaden von uns. Jawohl. Diese Attacke, die macht gut Damage. Ihr seht ja, der haut den Boss runter, ne? So. Jetzt mach du deinen Angriff, Boss. Mach. Ich hau gleich wieder Stacks drauf. Äh, das sind so richtig übel Viecher. Hier gibt's voll die verschiedenen. Ich bin mal gespannt, wie viel wir zu sehen kriegen. Das war klar. Hat er mich erwischt, ne? Aber der macht jetzt auch nicht so übels Schaden. Nein, er macht aber Schaden. Das ist das Problem. So. Ich muss gucken, dass mein Bär dran kommt. Ne? Wenn wir am Rand sind hier, dann überrennen sie uns auf jeden Fall schon mal nicht. So, jetzt nehmen wir die Spitzhacke. Erst räume ich den Loot aus und Bäm. Okay, das hat super geklappt. Doch, dieses Ding hier brauchen wir. Instabiler irgendwas. Und der nächste ist schon da. Billigst du mir ein, oder ist der größer wie der gerade eben? Boah, aber wenn dann nur solche kommen, dann brauchen wir halt 100 Jahre, ne? So. Und ich helfe mit. Die Dinger brauchen wir. Das Problem ist, dass du unheimlich viele davon brauchst, um später das Event aufzuladen. Ähm, es gibt halt, wie gesagt, die ganz fetten Bosse Richtung Mitte, die dann drei Totenköpfe haben. Die droppen ein anderes Chaos-Essenz oder wie man es nennt, die dann bei der Aufladung mehr hergeben, ne? Weil so, wenn ich nur die farm, werden wir das mit zwei, drei Events nicht schaffen. Da brauchen wir bestimmt zehn solcher Roten Events. Aber das bereite ich dann alles vor. So, komm, machen. Blatt. Was ich jetzt allerdings auch ausgeschalten habe, ist, was ich loote, gell? Deswegen habe ich es gerade nicht richtig gesehen, oder? So, ich haue jetzt erstmal drauf. Ja. Das zeigt es nicht an, ne? Das habe ich jetzt mit abgeschalten, weil ich hier das User-Interface verändert habe. Da oben läuft ein Hirsch. Den loot nehme ich aber mit, ne? Ja, ist ja egal, wir wissen ja Bescheid. Das hier sind, glaube ich, die kleinen oder die mittleren. Dann gibt es noch kleine von den Nonnen-Totenkopffiechern. Und dann gibt es eben noch die ganz großen. Da oben ist ein Nashorn. Das kämpft auch gegen irgendwas. Dem will ich jetzt nicht unbedingt auch noch begegnen. Komm, wir halten mal weiter hier auf die Mitte zu. Vielleicht findet man ja noch einen anderen. Oh, da hat es jetzt zwei rausgehauen. Jetzt kommt eine normale Brut. Jetzt kommt eine normale Brut, Leute. Gorenk drauf. Die bringen kleine Essenzen, ne? Bin ich froh, dass der Bär dabei ist. Der hat schon Power. Wir müssen den nur rechtzeitig auch wieder hochhalten. Zur Not einmal aus dem Sturm raus, wenn es knapp wird, ne? Sagt keiner, dass wir drinnen stehen bleiben müssen. Das ist so. Die Bär. Wir müssen halt nicht so langsam, ne? Sonst kommen wir immer mehr und irgendwann bist du überrannt. Den haben wir down. Gucken wir gleich mal, ob ich da richtig erzählt habe mit dem Chaos Essenz. Ich nenne es mal Chaos Essenz jetzt. Was gibt es bei einem anderen Spiel schon? Die haben halt hier... Die lassen sich nicht so aufhalten, ne? So, ich farm den schon mal ab. Upa. Ich nehme die Sachen raus. Und dann hacke ich da drauf rum. Gleiches Spiel hier. Kurz reinglinzt. Ne, die bringen auch die. Fünf Stück haben wir. Aber ich glaube, die, wo ich jetzt sammle, das wäre jetzt eine Aufladung von zehn, wenn ich es richtig weiß. Und wir brauchen eine tausende Aufladung insgesamt später, ne? Gorengle, wie geht es dir eigentlich? Komm, ich schieße den nochmal am Pfeil. Oh, goh. Ich habe den Bitz nicht gesehen. Welcher kommt. Wo kommt der? Okay, die wieder. Wir können ja nachher mal reinlaufen und gucken, ob wir diese Starken sehen. Aber den Bosse werden wir eine Blatt kriegen, den dreiköpfig. Glaube ich jedenfalls. So. Der Goreng hält sich gut. Jetzt müsste ich raus, aber ich habe keine Energie mehr. Das ist ja immer schön ab und zu ein Halbpfeil. Dass er unser Halbpfeil bleibt. Ja, aber gleich drehen, Digga. Holt er den auch noch? Kann auch sein, dass das jetzt immer schneller geht mit dem Spawn hier, ne? Komm, jetzt. Last Move. Thema ist erledigt. Nochmal einen Pfeil hin. Und ab dafür. So, und dann muss er halt farmen, farmen, farmen. Und ich möchte es halt so, dass wir im Let's Play einmal wenigstens das Event zusammen angucken, ne? Da hätte ich schon Bock drauf. Das bereite ich dann halt entsprechend vor. Jetzt sind wir Level 60. Wie ist denn eigentlich hier mit ihm? Mit dem Aufsteigen durch die Mobs. Ja, das wird auch. Deinen Buff hast du? Komm, wir wagen uns mal noch ein Nümmerle weiter rein. Jetzt habe ich Wölfe gehört, Leute. Ne, das sind Höllenhunde. Guck dir mal die an. Boah, die muss ich uns kurz zeigen. Also wie viele sind das? Drei Stück, ne? Guck mal. Boah, so einer als Begleiter-Werk-Schichtler, oder? Boah, und mein Bär zwischendrin. Das kommt. Und die leuchtenden Augen von denen. Und der Bär behauptet sich hier. Wahnsinn. Aber guck mal, er verliert schon Leben. Der heilt jetzt durch Pfeile und durch seinen komischen Bach, den er immer hat, ne? Boah, Alter. Da musst du auf jeden Fall besser ausgerüstet sein. Denn dann kannst du die viel schneller wegholzen. Gorang. Gorang. Hier den Gorang. Ah, genau im richtigen Moment ist mein Dickerle. So, jetzt müssen wir kurz gucken, was haben die an Loot. Ich nehme das immer alles mit. Spitzhacke raus. Und ab dafür. Instabier. Jetzt zeigt es das wieder an. Gerade eben hat es das nicht mehr angezeigt, ne? Jetzt sehen wir, was wir kriegen. Kadaver ist leer. Er ist ein Wolf. War da ein normaler Wolf zwischendrin? Dann waren es zwei Hunde und ein Wolf, ne? So, Gor. Okay, jetzt haben wir die normalen, großen gesehen. Die zweibeinigen. Die Höllenhunde haben wir gesehen. Und die Spinnenwesen, ne? Guck mal, ich probiere dir den abzunehmen. Damit du ein bisschen heilen kannst, Dicker. Wenn nur einer kommt, geht's ja. Aber da farmst du dich ja tot, ne? Das heißt, du musst früher oder später, wenn du da effektiv arbeiten willst, die Großen machen. Ich weiß nicht, ob wir heute einen zu sehen kriegen. Es ist hier schon so, ich brauche bessere Rüstung, bessere Waffen. Und der Gorang muss auch noch ein paar Level machen. So, jetzt komm, move den weg. Danke. Ich wusste, dass du das kannst, Dicker. Aber immerhin, unsere ersten zehn haben wir schon mal. Es ist jetzt natürlich noch weit nicht so viel, wie wir brauchen. Aber hey, wir haben einen Anfang, Leute, oder? So ist es doch in jedem Spiel. Boah, wir sind immer noch am Rand. Ich habe mir noch kein Medaille da reingetraut weiter. Ich dachte, ich bin schon voll tief drin. Lass mich mal kurz... Jetzt habe ich dich aus dem Heilding rausgezogen, gell? Ach, die Ruasche und so, ich weiß auch nicht. Nimm mal ein bisschen Haut mit und Schettin-Zeugs. So kommt, Digga, weiter. Wie ist es von deinem Ding her, von deiner Ausdauer, von deinem Leben? Ja, ich... Da müssen wir jetzt dranbleiben. Das darf gar nicht mehr so viel unser Bär abbringen. Dann können wir nämlich hin und her switchen mit der Agro. Was auch immer das jetzt war. Weil ich habe Heiltrinke noch zusätzlich, ne? Oh, Energie weg. Oh, Gott sei Dank, ich muss mich aufladen. Schön in dem Heilkreis bleiben. Ah, Mist. Den letzten Schlag, ich muss den immer anbringen, ne? Ah, er muss... Jawohl. Boah, den haben wir. Heilpfeil, ausräumen und drauf. Ja, Baby. Go ring, mein Freund. Die sind jetzt so super effektiv. So farbt mal das Zeug hier ab, ne? Muss ich jetzt mal gucken. Ich stelle mir das vielleicht so ein, dass ich diese roten Wellen öfters bekomme. Dann kann ich uns die Sachen ranholen, die wir brauchen. Und dann machen wir uns mal eine Folge, wo wir uns darum kümmern, das Event anzugucken. Da vorne kommen sie. Go. Hoch. Oh, da... Das sind wieder andere Leute. Oh, jetzt bin ich reingekopft. Das wollte ich, ne? Oh, das sind wieder andere. Zwar keine Totenköpfe, aber andere Moves. Die schmeißen Steine oder irgendwas, ne? So, kriegen wir ein bisschen was zu sehen endlich mal. Von dem ganzen Event hier. Ich bräuchte es nicht, ne? Ihr kennt mich ja. Ich könnte den ganzen Tag nur bauen. Boah, wie der Bär da aufsteigt. Du machst es schon gut, Digga. Für dein erstes Mal hier. Nee. Okay, denn... Der macht echt gut Schaden. Ich hau ein paar Pfeile raus, oder? Komm. Der kriegt jetzt auch kleinen Trank von mir. Und dann passt es. Oh, das gibt übel Schaden gerade. Guck mal. Komm, bevor die Nächsten kommen. Ich mach dir mal 10erle rein. Benutzen. Weiß nicht, ob es geklappt hat gerade. Und ich hol mir die Dinger. Und der Nächste. Jetzt werden sie mal schneller, ne? So, ich würde sagen, wir gehen mal ein paar Meter wieder zurück. Nicht, weil ich Angst habe, aber einfach, dass wir rechtzeitig flüchten, bevor ich meinen Bär verliere. Okay, wir müssen den da hinterher ziehen, komm. Da fahren wir uns halt dubbisch, ne? Wir können ja mal gucken. Vielleicht machen wir es so, dass ich uns nochmal eine neue Ausrüstung baue. Eine epische. Machen wir nochmal ein Reset. Holen uns Punkte. Machen wir uns eine epische Ausrüstung. Epische Waffen. Und dann gucken wir nochmal, wie wir dann hier drin uns behaupten beim Abfarmen, ne? Und wer diesen Giftsprüher da macht, ist übel, ne? So, ich hab die 20 Stack. Ich hau uns einen Pfeil. Kurzer Moment. So. Und ab. Da kommt schon der Nächste. Das war's mit ihm. Ich räume aus. Das müssen wir halt holen. Go Rang! Oh, Leute! Ich hoffe, ich hab's noch nicht verloren, das Tier. Habt ihr gesehen? Das hat so damage gemacht. Jetzt kommt auch noch ein Wolf. Ist mein Bär noch am Leben oder nicht? Ich weiß es nicht im Moment. Oh, das wär übel schade. Ich glaub, der ist tot, Leute. Der war so eingeklemmt und hat den ganzen roten Schmackes da abgekommen. Ich glaub, der hat ihn getötet. Nein, der kommt da. Ich hab mein Bär noch. Oh, Alter, ich hab das falsch gesehen. Guck mal, der hat doch noch mehr Leben, als ich gedacht hab. Habt ihr ja nicht auch gerade das Gefühl gehabt, der ist so gut wie erledigt? Ich geh natürlich gleich noch mal hin, wenn ich's überlebe. Es ist ein pures Chaos hier, wenn du mich fragst. Den haben wir wohl mitgenommen. Die Wölfe sind ja schlimmer als alles andere. Ich muss abhauen. Ich hab Blutungsschaden. Das wird eh schon knapp. Wow, hau ab. Oh. Alter, da geht was. Der Go-Ring kommt gar nicht zum Schießen, gell? Ich trau mich jetzt immer einen Drang nehmen gerade. Bei der Action hier. Oh, Alter, da geht was. Es geht jetzt darum, zu überleben halt, ne? Boah, die Wölfe. Die sind so erbarmungslos. Oh, und der Nächste ist hier am Anmarsch. Ich muss hoch irgendwo mich hochgreifen, kurz. Orientierung ist auch so Geschichte hier, ne? Okay, jetzt nicht stehen bleiben. Nein! Der Steine rein. Das könnte, wenn du meine Rettung sein, das Teil hier. Ist mein Bär noch irgendwo? Ich hör' die noch, ne? Das ist ein Neuer. Ich seh' meinen Bär nicht mehr. Zimmer im Wüstenausleger hier, okay. Weiß ich wenigstens, wo ich bin. Da komm' der. Aber... Wir haben irgendwas mitgebracht, glaub' ich. Ich muss abhauen. Oh, halte, halte. Ist halt der Kodlers. Da ist er gut drin. Nur meinen Bär seh' ich nirgends. Der ist noch da. Jetzt kämpft er gegen das Nashorn, ne? Aber der Bär kommt zur Hilfe. Für mich gar nicht schlecht. Dann kann ich einen Drang nehmen. Die machen das. Die helfen sich gegenseitig. Er hat einen abgezogen vom Nasi, siehste. Wow, Leute, oder? Wir haben echt nicht viel gefahren. Aber es ist halt eine absolut krasse Action noch am Anfang jetzt. Wir gehen da noch mal rein, glaub' ich. Wasse Aktion, ey. Was wir hier machen. Sehr spannend. Muss man halt dann voll ausnutzen, so Event, ne? Und das Zeug ranholen. Sag mal, was ist mit den Wölfen? Wieso sind die denn so immer stark? Da häng' ich mir da hin. Ist egal. Ey, endlich. Er ist aufgestiegen. Komm, Digga, wir gehen noch mal ein paar Meter hin. Oder? Einmal kurz den hier. Einmal den hier. Ey, jetzt geht's wieder nicht mehr. Aber ich hab's tatsächlich schon ein zweites Mal erlebt, dass er so einen Drang nimmt, ne? Aber ich nehm' einen. So, die Welle. Komm, wir gehen noch mal hin. Vielleicht krieg' mal wenigstens noch einen Mob oder so. Wahnsinn. Den mach' ich jetzt auch noch weg. Den haben wir nämlich grad eben schon im Video gehabt. Egal, wir machen den jetzt weg. Gibt ja EP fürs nächste Mal, was meinen Bär angeht, ne? So. Boah, ich muss mal nachrechnen, wie viel ich da brauch'. Wenn ich Pech hab, brauch' ich 500 von den Dingern. Das, äh... Dann würd' ich eher noch ne zweite rote Tour mit euch machen. Wenn wir richtig Rüstung haben. Mal gucken, ob man mal so ein Boss-Blatt kriegt, ne? Da brauchst du dann, wenn ich's richtig weiß, 20 Stück. 20 Bosse. Dann kannst du das Ding das Event starten einmal. Farm mal, du nennst. So, Grenn. Komm, baller den jetzt mal ein. Ah, ich hör' das Geräusch, dass es aufhört. Okay. Für mehr hat's nicht gereicht. Wahnsinn. 14 Stück hab' ich nur. Diese unirdische Substanz spottet jeder Beschreibung. Ey, Leute. Einmal das rote Event macht am Rand, ne? Aber man muss natürlich das auch so sehen. Wenn man sich zu weit reinwagt, dann ist man selber schuld, wenn man verreckt, ne? Und wir werden verreckt. Ich bin überzeugt davon. So, Frage. Oh, guck mal, gerade beim Turm hinten. Jetzt fallen sie doch zu Boden. Krass, 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 krass. Komm, wir gehen zum Nazi. Meine Lieben, wir sehen uns morgen. Wir sind jetzt Level 60. Jetzt gilt's natürlich, Talente umzudesignen. Es gilt, Rüstung zu machen. Und Waffen. Und natürlich hab' ich daheim auch ein bisschen was vorbereitet, dass wir die Turmgeschichte noch ein bisschen fixieren können, dass der Turm noch mal so eine Ecke weitergebaut wird. Das war mir jetzt wichtig, dass wir das mal gesehen haben heute. Und es ist schon knackig. Man muss die schneller down machen. Dann kannst du mehr abfahren, ne? Ist klar. So, guck mal, er ist jetzt bei 5.500 Leben. Hammer. Schöne Runde. War mal richtig spannend, das jetzt zu sehen. Ich bin gespannt, wie's weitergeht. Wir sehen uns morgen. Bis dann. Ich bin gespannt, wie's weitergeht.